Ich wurde sehr oft in den letzten Tagen gefragt, passen die Logitech Chorus auf die Pico 4, um den Sound noch besser zu machen? Genau das werden wir in diesem Video klären, also bleibt dran! Mein Name ist Marco, willkommen zu einem neuen Video hier auf die UV-Artik und wir werden jetzt direkt testen, ob die Logitech Chorus hier auf die Pico 4 passen. Die sind ja ursprünglich eigentlich für die Quest 2 gedacht, ich habe ja schon ein Video dazu gemacht und sie passen eben perfekt auf die Quest 2, aber auch auf die Pico Neo 3 Link und da verwende ich sie eben momentan auch. Ja und jetzt wollte ich natürlich auch ausprobieren, ob diese auch auf die Pico 4 passen würden. Das wäre natürlich eine super Kombination für alle, die sich auf die Pico 4 freuen und auch den besten Sound haben möchten, den es eben zur Zeit so im Zubehörmarkt ganz leicht anzubringen, zu kaufen gibt. Wir schauen uns jetzt an, ob diese Soundlösung passt. Passen die Logitech Chorus? Ja, sie passen, aber leider sind sie zu groß. Also das ist wirklich sehr schade, wenn man sie aufstecken möchte. Da merkt man recht schnell, dass die Pico 4 einfach hier zu kleine Bügel hat. Wir sehen, hier ist ganz viel Luft oben, also hier fehlt noch ein bisschen, damit die Logitech Chorus hier passfähig sind. Ja, hier sieht man eben, wie viel Spiele ist. Hier müsste man vielleicht einen 3D-Druckadapter hier drucken, um das Ganze ein bisschen passfähiger zu machen. Und hier sehen wir auch, oben sind die Knöpfe für die Lautstärke. Die werden natürlich da auch verdeckt, wenn man das hier drauf steckt. Ja, leider passen also die Logitech Chorus hier nicht, auch wenn das ganz cool aussehen würde, wenn ich das jetzt hier so mal mit den Händen festhalte. Aber was ist das? Vier Kabelbinder sorgen dafür, dass die Logitech Chorus tatsächlich hier auf die Pico 4 passen. Also ich hätte nicht gedacht, dass diese Kabelbinder wirklich ausreichen, damit das hier bombenfest hält. Das mit dem Kabelwinkel dort vorne, das funktioniert genauso gut wie bei der Quest. Es ist so, als ob hier das Ganze für die Pico 4 gemacht wurde, obwohl sie nicht wussten, wie dick sie sein würde. Ja, so dass man jetzt hier eben noch die vier Kabelbinder braucht. Also gar kein Problem, man kann das Hetztwerp hohen, runterklappen. Alles ist cool, alles ist fest. Und ja, der Sound ist auch super. Ich werde jetzt gleich natürlich noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber ihr seht, das funktioniert hier gut. Wenn euch also die vier Kabelbinder hier nicht stören, dann habt ihr den perfekten Soundmod, ansonsten passen die leider nicht. Am Anfang des Videos habe ich die Frage gestellt, passen die Logitech Chorus auf die Pico 4? Und die Antwort ist ja, also eigentlich nicht so gut, ja. Aber wie ihr seht, vier Kabelbinder haben geholfen und im besten Fall habt ihr vielleicht noch ein paar weiße. Dann sieht das hier noch ein bisschen besser aus. Aber es sieht doch immer noch recht sleek aus hier tatsächlich. Also ich hätte, ihr habt es gerade gehört, es quietscht hier an der Stelle mit dem Kabel ein bisschen jetzt, weil es da alles ein bisschen enger ist. Aber es ist trotzdem nicht so, als ob das wie so ein ultra krasser Mod aussieht. Natürlich, die Kabelbinder, das ist ein bisschen unschön. Es ist aber gut, es funktioniert gut. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, die Kopfhörer sind ein bisschen weit jetzt vom Ohr weg, also weit her vom Ohr weg. Ja, es hört sich immer noch gut an, es macht immer noch Spaß. Die Lautsprecher sind immer noch viel besser als die der Pico 4. Und ja, wenn ihr sagt, das ist mir 99 Euro wert hier für die Pico 4, das passt. Also das kann man passend machen, sagen wir es mal so. Und tatsächlich würde ich jetzt die Lösung auch so weiterverwenden. Ja, und so habe ich jetzt schon drei Headsets, mit denen ich die Logitech Chorus verwenden kann. Gut, hier jetzt mit den Kabelbindern kann ich nicht so leicht dran machen und wieder abmachen. Vielleicht gibt es da noch 3D-Drucklösungen natürlich. Das wäre super, wenn man die auch draufsliden könnte. Und ihr braucht euch auch nicht die Sorge machen, dass ihr jetzt die Lautstärke-Buttons, die ja hier sind, unter den Logitech Chorus-Sets, dass ihr die nicht mehr erreichen könnt. Denn ihr könnt immer, egal was ihr macht mit der Pico 4, ob ihr PC VR macht oder nicht, ihr könnt immer mit dem Home-Knopf die Lautstärke einstellen, indem ihr dann dort den Slider eben in VR regelt. Das geht immer. Klar, der Knopf wäre noch besser, der ist aber leider jetzt hier verdeckt. Das könnt ihr aber trotzdem machen, das funktioniert gut. Und auch der Power-Pass-Through, also dass ihr das Gerät laden könnt, der ist ja hier unten. Das funktioniert auch ohne Probleme. Also das ist hier dann doch, auch wenn es nicht so super First-Party jetzt aussieht, eine ganz coole Lösung tatsächlich. Hier seht ihr jetzt, das ist halt größer, aber dadurch, dass es größer ist als die Pico 4, kann man es eben mit den Kabelbindern hier passend machen. Ja, schreibt mir nochmal in die Kommentare, ob ihr das jetzt immer noch für gut empfindet hier, dass man hierfür jetzt vier Kabelbindern braucht. Ich muss sagen, ich verwende das jetzt so, ich finde es cool und ihr seht im nächsten Stream vielleicht schon die Logitech Chorus, wie ich sie verwende mit der Pico 4 oder im nächsten Video. Also, danke fürs Zusehen, ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Ciao! Ciao!